einen wunderschönen guten abend morgen eins von beiden wünsche ich euch willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal freunde was geht denn hier ab ich weiß es selber nicht so ganz ich hatte einfach gerade mal eine kleine eingebung und dachte mir eigentlich hast du ja schon mal wieder bock auf den fm und irgendwie ist es gerade wieder mal so einer dieser schlaflosen nächte und ich habe mich einfach hingesetzt und dachte mir warum nimmst du das ganze denn nicht auf und verknüpfst das ganze denn es gibt ja noch was auf youtube zu tun wie so eine karriere die ich mal angekündigt habe und hier ist ja mal gucken was wir jetzt großartig machen ich hatte einfach mal gerade bock mich spontan hier hinzusetzen und einfach mal gerade ein bisschen vor mich hin zu quatschen ein bisschen was aufzunehmen eine erste folge für euch vielleicht schon mal hochzuladen wie genau das jetzt ablaufen wird freunde kann ich euch gar nicht sagen auf jeden fall erst mal danke dass ihr eingeschaltet habt und ja ich habe ehrlich gesagt habe ich schon wieder ziemlich bock darauf den fm zu zocken und auch diese karriere zu machen ich bin mir noch nicht so ganz sicher wie ich das machen möchte das könnt ihr mir ganz gerne mal in die kommentare hauen machen wir hier machen wir das ausführlich machen wir das eher ein bisschen kürzer wie wollen wir das ganze angehen da bin ich mir noch nicht so ganz sicher wie ich das machen möchte worauf ich am meisten bock habe vielleicht ändert sich das im laufe des projektes dann noch aber ich denke ich werde mich jetzt auf jeden fall öfter mal wieder hinsetzen und den fm aufnehmen das kommt wahrscheinlich jetzt relativ überraschend würde ich vielleicht sogar sagen aber wie gesagt ich habe gesagt irgendwann fange ich mal wieder an mit der ganzen sache und hier bin ich hallo willkommen erst mal ohne cam weil es ist drei um morgens und es ist eh viel zu dunkel hier und ich habe keine lust auf das große licht jetzt deswegen erste folge ohne cam leider wahrscheinlich kein großartiges intro oder irgendwie sowas weil einfach spontan und ohne vorbereitung einfach mal reingegangen und in der folge wird jetzt noch gar nicht großartig irgendwas passieren wir werden noch nichts tun wir werden ein bisschen ich werde einfach ein bisschen quatschen denke ich und vielleicht ein bisschen erläutern wie ich auf einmal auf diesen gedanken gekommen bin jetzt dann doch auf youtube noch mal ein neues projekt anzufangen und die erklärung ist eigentlich relativ easy ich habe einfach wieder bock ich weiß gar nicht warum ich darauf darum jetzt gerade so ein großes drama aber ich habe einfach wieder bock ich habe bock den fm zu zocken ich habe bock mal wieder videos zu machen ich habe bock mal wieder was hochzuladen auf youtube weil ich vermisse doch schon langsam sehr stark und es hat sich auch so ein bisschen ich habe hier ein anderes set up mittlerweile ich habe andere bedingungen und ich habe einfach wieder mega bock mich hier hinzusetzen und sachen für euch aufzunehmen und ich hoffe ihr habt da auch bock drauf und ich hoffe dieses video wird oder die leute oder ihr werdet wieder darauf aufmerksam dass hier auf diesem kanal jetzt wieder ein paar ja fußball videos oder fußball manager videos kommen werden und ich hoffe ihr habt genauso bock wie ich denn ich habe wirklich viel bock gerade auf dieses projekt auch mal wieder mich hinzusetzen zu schneiden ich denke hier wird jetzt nicht großartig irgendwas geschnitten werden aber ich habe einfach mal wieder wirklich ich habe bock so wir haben jetzt gestartet mit braunschweig ich hatte jetzt auch keine große lust noch mal was neues zu machen noch mal eine neue abstimmung oder so weil wenn ich überlege ich habe euch schon eigentlich sehr sehr viel als zuschauer zugemutet ich habe eine umfrage gemacht oder eine lange umfrage um ein neues projekt was dann nicht gekommen ist und jetzt noch mal was neues zu machen ich weiß ja nicht ich glaube ich wäre richtig angepisst dann als zuschauer vor allem weil sich ja schon für braunschweig entschieden worden ist deswegen befinden wir uns jetzt in der dritten liga mit den ganzen patches die momentan da sind da habe ich ein bisschen habe ich eigentlich alles auf dem neuesten stand ich habe auch ein bisschen überblick verloren muss ich sagen was ich jetzt alles habe aber die datenbank sollte eigentlich die aktuellste sein wir sind jetzt wir haben jede menge liegen dabei wir sind nicht limitiert darauf bei braunschweig für immer zu bleiben wir haben in der in deutschland habe ich bis zur regional liga simuliert in anderen ligen immer die erste und zweite liga mindestens mit drin und wir haben sehr 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 viele ligen mit dabei wir können ja gerade mal hier bei den mitarbeiter gucken welche länder wir alles dabei haben österreich, belgien, england, frankreich, italien, niederlande, portugal, spanien, schweiz, türkei, usa also wir sind hier wirklich nicht limitiert auf irgendeine liga und werden mal gucken wo uns denn diese karriere jetzt bei braunschweig hinführen wird und ich bin sehr sehr gespannt muss ich sagen auch wenn jetzt hier noch nichts großartig passieren wird also wir werden jetzt wahrscheinlich keinen großartigen anderen screen als den hier sehen aber ich denke wir können das ganze als vielleicht ein ideensammelvideo nehmen und vielleicht schon mal wieder ein bisschen versuchen dass leute es wieder mitkriegen ja ich denke nicht dass viele leute das mitkriegen werden vielleicht überrascht ihr mich auch einfach und der andrang auf das video ist groß äh oder größer als ich mir das jetzt erdenke ähm ich bin sehr gespannt und mich freut es äh oder mich freut mich freut ich ich freue mich über jeden der sich dazu entschließt hier wieder zuzugucken und Bock hat auf Fußballmanager Videos und ich gucke trotzdem immer die ganze Zeit oben in meiner Kamera wenn ich rede aber dabei ist die gar nicht an ich äh es ist komisch ja Freunde was soll ich sagen noch großartig ich weiß gar nicht wir sind jetzt gerade mal bei 6 Minuten aber ich weiß gar nicht was ich großartig anders sagen möchte als dass es jetzt dann wenn ihr Bock darauf habt wieder los geht mit dem FM und ich bin hier gerade die ganze Zeit wild am rumgestikulieren mit meinen Händen aber ihr seht das ja gar nicht weil wie gesagt die Kamera raus ist ich laber wieder komplette Scheiße aber Freunde wenn ihr Bock darauf habt geht's los mit Braunschweig schreibt mir sehr 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 gerne mal eure Eindrücke in die Kommentare auch im Bezug auf wie wer ist für euch am coolsten wie stellt ihr euch das Projekt vor ihr kennt das von früher ne umfangreich nicht umfang also was heißt nicht umfangreich aber eher als Zusammenfassung was ich für mich so hingedaddelt habe oder eher jede Folge oder pro Folge ein oder zwei Spiele dann wird es allerdings eine sehr langwierige Sache dann werden wahrscheinlich auch mehrere Folgen in der Woche kommen oder so eine Folge in der Woche wo dann eine halbe Saison zusammengefasst ist oder sowas könnt ihr mir in die Kommentare schreiben und ich bin sehr gespannt wie das Ganze jetzt ankommen wird bei euch ich hoffe gut ich hoffe ihr seid mir nicht allzu böse auch dass ich jetzt auf einmal wieder so aus dem Nichts da bin aber ich hab wieder Bock ich hab sehr sehr lange Zeit jetzt kein FM gespielt oder nicht durchgehend gespielt und ich hätte schon echt mal wieder Bock auf so eine richtig richtig geile Karriere im Fußballmanager und ja da bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig als euch noch einen wunderschönen Abend zu wünschen ich weiß nicht wann ich das ich glaube ich werde das Video einfach sofort hochladen und einfach mal auf eure Reaktionen warten und dann je nachdem die neue Folge aufnehmen gut Freunde dann haltet die Ohren steif ich bin erstmal wieder raus aus meinem DX Racer hier nein ähm ja ich hoffe ihr habt Bock ich hoffe wir können hier ein geiles Projekt wieder starten und ich bin erstmal sehr auf eure Eindrücke gespannt ja schreibt mir da wirklich gerne was in die Kommentare und ähm ja dann sehen wir uns oder hören uns im nächsten Video hoffentlich mal gucken wann das kommt ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal auf eure Eindrücke warten und dann mal gucken was wir aus diesem Projekt machen ich hab Bock ich hoffe ihr auch heute rein ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir hören uns in der nächsten Folge oder in der ersten Folge von Fußballmanager Braunschweig dritte Liga Champions League wir werden sehen heute rein ciao